Hallo, herzlich willkommen im Arcada Club. Wir möchten uns ja hier auch mit Zukunftsthemen beschäftigen und die Firma Boston Dynamics wurde von Google aufgekauft, arbeitet an einen autonomen Roboter, der auch zu militärischen Zwecken eingesetzt werden soll. Der soll eben mal für die Truppentransporte da sein, aber man kann sich natürlich auch vorstellen, dass solche Roboter auch mal vielleicht Dinge liefern werden, ausliefern werden, was auch immer. Die Amerikaner haben ja angekündigt, massiv in solche Roboter-Kampfsysteme zu investieren und hier sehen wir mal ein kleines Beispiel zu der neuesten Version dieses Roboters und ich gebe ehrlich zu, die Zukunft sieht ein bisschen gruselig aus, wenn man sich das anschaut. Viel Spaß bei diesem Video. ! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020